Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, wie ihr wisst... Pfff, aber alles besser. Aber Spaß beiseite. Es ist aber wirklich so, dass viele sich den alten Rap zurückwünschen. Aber wie geht das eigentlich? Also, wie rappt man denn bitte oldschool? Einer der auffälligsten Dinge an alten Rap-Songs war... Dass ich Cola trinken darf. Nein, es war der Flow. Der Double war mindestens genauso wichtig. Natürlich, Flow ist heute immer noch wichtig. Aber heute verwendet man auch einfach viel mehr Audio-Effekte. Ich meine... Meine Wings breiten sich auf. Wenn ich rappe, sind wir da aus. Was aber auch ein eigener Punkt sein könnte. Aber... Pacing. Also, vier Stimme, wenig Audio-Effekte. Außer Hall natürlich. Haben wir. Oh, und bevor wir es vergessen, der Double war mindestens genauso wichtig. Wie Dinge wie der Flow. Aber jetzt kommt natürlich die Frage auf. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Nein! Welche Beats verwendet man denn da? Und ja, Glück, denn da kenne ich mich bestens aus. Erzähl doch kein Müll. Wie gesagt, privat. Privat guckt aber niemanden. Und wer erzählt den Zuschauern denn, dass man auf Boomback-Beats rappt? Das ist mir doch... Nee, ganz ehrlich, raus jetzt aus meinem Video. Sorry. Also, Boomback. Ja, ähm... Also, ja. Boomback-Beats sind sehr Drum-Bass. Oft haben sie auch eine einfache Melodie. Die Kamera! Sie läuft ja. Scheiße. Warum läuft die Kamera? Oh nein. Ich will gar nicht wissen, was ihr da gesehen habt. Na ja, ihr wisst, wie es läuft. Na, na, danke an Yaku-Zi. Versuch ich's mal. Beste Idee. Stimme. Das Schlechteste am Video. Darf ich dich mal an? Ich bin Flau Master. Widersprechen was ein Rasta. Was ist denn das Rasta? Bin so krass, ja. Erinnern. Du guckst mich an, Fingst, die's the best. Erst komm ich, dann kommt der Rest. Denn ich hab Cash und bin gerade fresh. Guess is back, Digi is back. Pack Skin in bag and you are wack. Wir betont, denn die vier, wir vier, bin hier mit anderen vier. Effekte. Aber du hast doch gesagt. Ja, ich weiß. Bisschen Hall und so, Kompressor, EQ, was man halt so rauf macht. Ich meine, ist doch eigentlich ganz normal so ein bisschen was drauf. Also ein bisschen was, ja okay. Auch früher wurde ein bisschen was drauf gemacht. Und ja, dann ist das doch schon in Ordnung, oder? Und dann würde ich sagen, ist der ganze Kram fertig. Baby, to the U, to the craft of the beatty. Von dem Jacuzzi, in nem Jacuzzi. Weil ich jetzt se shooti. Du guckst mich an, Fingst, die's the best. Erst komm ich, dann kommt der Rest. Denn ich hab Cash und bin gerade fresh. Krack soll den Pass und bin wieder das, was du suchst in der Nacht. Hör, wie ich rappe und die Leads zerstör. Und zerstör. Wenn ich die seh, geht's ab nach vör. Denn ich will bei den Guten sein. Und da ist mir dein Skill zu klein. Yes, it's back. Der G is back. Pack's, get it back. And you are back. Hör zu, wie ich dich mit krassen Flotze flow mache. Wie Crow, der ist heute low. Fast wie T-Lo, der ist nur noch low. Und T so dope, so dope, so dope. So dope, yes. Wir betonen die Vier. Wir vier, bin hier mit anderen Vier. Dein Gehörn gleich im Vakuum um die Teilchen. Ich werf dich ab mit einem Teilchen. Ich hoffe, du trittst auf ein Lego-Teilchen. Ich halte dich auf Trab mit diesen Teilchen. Gramm, 32 Gigabyte, Rans. Hör, wie ich rappe und die Bees zerstör. Wenn ich die seh, geht's ab nach vör. Denn ich will bei den Guten sein. Und da ist mir dein Skill zu klein. Und dann hoffe ich, das hat euch besser gefallen als das Funk-Video. Und dann würde ich sagen, lasst gerne Feedback in den Kommentaren. Hier vielleicht abonniert. Ihr wisst es. Checkt mal neuen Song-Lieder aus. Und dann bekommt ihr von mir ein raues Ciao.